So ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Gaming Channel. Ein ähnliches Video, was ich gestern übrigens zu UFL Football auf dem Kanal gebracht habe. Ein kleines Roundup. Wie sieht es eigentlich rund um den Release aus mit UFL Football etc. pp. Welche Erwartungshaltung habe ich an das Spiel? Ein solches ähnliches Video möchte ich gerne heute mit euch machen über Undisputed. Wir sind hier auf der Homepage und ich möchte euch gerne mal ein paar Updates geben. Zuerst einmal fangen wir lieber mit der Enttäuschung an. Vielleicht haben es einige von euch mit Sicherheit mitbekommen. In der PC-Version, die sich ja noch im Early Access befindet, ist der Karrieremodus erst einmal gecancelt worden. Er sollte diesen Herbst kommen. Es haben sich viele Dinge verzögert. Sie haben Quality-Live-Updates im normalen Spiel weiterhin gebracht. Sie wollen daran erst einmal werkeln. Sie sind nicht ganz zufrieden mit der Gesamtperformance und dem Balancing im Spiel. Und der Karrieremodus ist erst einmal gecancelt worden. Das soll nicht heißen, dass er gar nicht kommt. Natürlich Quatsch. Er wird kommen, aber er wird sich verspäten. Und damit muss ich an der Stelle tatsächlich auch spekulieren und ich werde euch mal darauf vorbereiten. Es ist meine persönliche Meinung. Natürlich ist das immer schwierig, jetzt auch anhand solcher Fakten für sich selber einzuordnen. Aber ich glaube fast, dass wir die Konsolen-Version tendenziell, wenn sie überhaupt in 2024 kommen sollte, erst im Herbst oder Winter haben werden. Ich persönlich habe mittlerweile fast das Gefühl, dass sich der Early Access hier noch deutlich länger hinziehen wird, als wahrscheinlich auch von den Entwicklern geplant war. Ich denke mal fast, dass die Konsolen-Version erst 2025 kommen wird. Ist aktuell eine persönliche Einschätzung von mir. Vielleicht zweites Halbjahr 2024, aber tendenziell wahrscheinlich sogar eher ab 2025. Wie gesagt, persönliche Einschätzung auch anhand des jetzt verschobenen Karrieremodus ist, weil sie doch sehr, sehr viel an Updates immer wieder bringen von der PC-Version, die ich ja auch besitze. Und es gibt ja auch eine ganze Menge Videos von mir aus dem ersten Quartal 2023 auf dem Kanal zur PC-Version. Könnt ihr mal reinschauen, wer sich da ein bisschen für interessiert. Und ich verfolge das alles im Hintergrund mit. Ja, während wir hier so ein bisschen den Roster mal beleuchten. Ich will das einfach bloß für den Talk jetzt im Video einfach nutzen, dass ihr hier ein bisschen nebenbei mal schauen könnt. Das ist schon echt interessant, was das mittlerweile auch für ein Roster hat. Das sind jetzt erst einmal die Eckpunkte für Undisputed. Wer also die Konsolen-Version, sprich in unserem Fall die PlayStation 5-Version, hier zeitnah erwartet, dürfte hier erst einmal einen Dämpfer bekommen haben. Ich glaube, wir müssen uns einfach hier nochmal extrem gedulden. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich ein Entwicklerteam, was auch marketingtechnisch und auch in seiner Kommunikation mit der Community zu UFL Football eigentlich sehr, sehr ähnlich ist. Ja, UFL Football auch ein Spiel, was da sehr, sehr gut von der Kommunikation zwischen Entwicklerteam und Community lebt. Natürlich haben sie hier einen Vorteil zu UFL Football. Dort sind ja gerade aktuell geschlossene Beta-Tests. Die offenen kommen demnächst. Bei Undisputed haben wir ja zumindest schon mal seit knapp einem Jahr jetzt eine Early-Access-Version auf dem PC draußen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Pfund. Aber man sieht hier wirklich ein Entwicklerteam, was sehr akribisch auf Community-Kritik reagiert. Sie machen sehr viel an Patches. Sie machen sehr viel an Boxer-Balancing. Gucken sich immer wieder genau an, ob das alles soweit passt mit den Boxern. Wer ist overpowered? Wo müssen wir noch was hinzutun? Ist das wirklich die realistische Stärke, die dieser Boxer damals hatte? Sie schauen da sehr, sehr genau hin und das ist wirklich eine schöne Sache. Wie gesagt, Leute, Undisputed. Ich werde auch hier weiter für euch am Ball bleiben. Schauen wir mal rein. Denke mal, das wird also demnach noch ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, umso mehr werden wir uns dann wahrscheinlich auf ein sehr, sehr gutes Produkt freuen können. Ich werde die Geduld haben. Was bleibt uns anderes übrig? Ich kann es ja auf dem PC hin und wieder spielen, was ich tatsächlich auch mache. Und fühlt sich nach wie vor wirklich gut bis sehr gut an. Und ich denke, wir können uns da auf einen sehr, sehr interessanten Box-Titel freuen. Leute, das sollte jetzt tatsächlich einfach mal ein kleines Roundup gewesen sein. Wie sieht es eigentlich um die Konsolen-Version von Undisputed aus? Welchen Release dürfen wir hier aktuell realistischerweise erwarten? Das sollten jetzt einfach mal ein paar Informationen gespickt mit meinen Mutmaßungen sein. Und ich hoffe, ihr bleibt natürlich auch mir und dem Sportkanal gerne weiterhin treu. Verfolgt das Ganze auch gerne bei mir weiter, wenn es News und Informationen gibt und Updates. Dann natürlich auch hier auf dem Kanal. Und dann sage ich Dankeschön wieder mal fürs Reinschalten. Leute, euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020